Egal! Der checkt einfach gar nichts, Junge! Jo Leute, was geht ab? Ist nicht mein Motorrad? Alter, was macht der denn da? Ist hier nicht ne Einbahnstraße? Das ist die vom Texas Hazard. Schaut mal bei dem auf Intram vorbei. Machen grad ein paar Bilder. Ey! Ist grad einfach das Hinterrad mal durchgedreht. Jaja. Einer rechts. Rechts. Aber die hört sich echt geil an. Der fährt grad mit meiner. Der hat keinen DB-Killer grad mehr drin. Meiner ist drin. Ich weiß grad echt nicht, wo wir sind. Aber ganz schön chillig hier. Oh, der hat zu viel gesoffen. Zeigen wir euch doch mal den Sound dahin, oder? Ich find so ne Naked echt geil eigentlich. Das ist voll entspannt damit zu fahren. Ich kann Coverkür den Boy verstehen. Ich kann Coverkür den Boy verstehen. Das ist geil. Ich seh einfach nichts auf den Spiegel nicht. Ich guck da rein, aber ich seh nix. Ja, das ist geil. Rechts vor links. Soll man mit meiner Gas geben? Tut das gut, einfach mal entspannt rumzufahren. Ich hab seit gefühlt zwei Monaten keinen Vlog mehr gemacht. Weil es einfach nicht ging halt. Egal. Der checkt einfach gar nix, Junge. Schaut ihr doch nur Daumen hoch zeigen. Aber kein Wunder, der fährt ein Toyota Hybrid, Alter. Kein Wunder, dass er sich nicht für irgendwas interessiert. Mann, warum geht der mit meiner Gas? Meine ist noch lauter eigentlich. Aber die hört sich halt so dumpf an, das ist geil. Schau mal mein Visier zu. Dann hört er was besser. Sieht schon geil aus, oder? So richtig rennmäßig hört sich meine an. Ich seh nix hier im Tournament, wie ich sie runter mache. Boah, ist das geil. Es ist so entspannt damit zu fahren. Obenrum hört sich das so geil an, ne? In Ordnung. Ja. Einfach mit dem originalen Auswurf, weißt du? Ein Traum, ey. V4. Absoluter Traum. Boah, das geht mir so auf die Schulter, Alter. Ja, du bist das nicht gewohnt. Aber so scheiße sieht es auch nicht aus. Ne, das sieht nicht scheiße aus. Boah, das ist schon geil. Das ist auch nicht so laut, ne? Das ist aber so dumpf unten rum. Das ist halt geil. Bei einer 750er oder 1000er ist das halt mehr, ne? Ab über die Brücke. Boah, die Spiegel, Alter. Das fühlt sich an, als er gar keine Spiegel hätte. Man sieht da drin halt einfach nichts. Ich kann nicht mal gucken, ob die GoPro an ist. Wir sind übrigens immer noch an dem Tag, wo die Gamescom ist. Boah, Alter, ist das hier ne Kacke. Ich hoffe, ihr versteht mich ganz gut. Weil ich habe das Mikrofon mal ein bisschen in eine andere Position gemacht. Weil das andere ist mir übrigens auch kaputt gegangen. Deswegen kam... Das ist auch ein Grund, warum erstmal keine Videos kamen. Boah, das sieht schon sexy aus von hinten, oder? Man sieht nur die Rücklichter. Richtig geil. Bleibt bloß auf dem Fahrradweg. Ich glaube, wir gehen noch mal ein paar Bilder machen. Spiegel brauche ich die gar nicht benutzen, weil ich da dann eh nix sehe. Die sieht so geil aus, ne? Einmal links. Ah! Ich mache jetzt auch mal Lost. Ich habe jetzt auch mal Montage nix, Ich habe ja auch wieder, weil ich jetzt mal einenヶen cohorten mit Gamescom. Der noch das ist mir persönlich. Ich habe ja auch noch eine Technik. Das ist mir wahrscheinlich nicht auf dem Flugzeug. Das ist mir einfach das ist mir eigentlich ein bisschen zufrieden. Ich habe ja auch hier auch hier noch den Daumen. Untertitelung des ZDF, 2020